ich bin ja nur ehrenmod bei hans leckt es gerade extrem ich habe gehört du leckst du leckst was leckt denn keine ahnung ich habe zwischendurch immer schwierigkeiten mit mit meinem upload ist echt leider so ich musste den nach oben setzen und zwar massiv bei obs weil es anders nicht geht und die media ist die sind die geilsten wisst ihr wann ich heute morgen angerufen haben um halb acht menschen die arbeit ich habe ja normalerweise möchte doch noch nicht mehr um die uhrzeit im bett also bei mir läuft flüssig das ist super also der verwirft halt hier und da mal ein paar frames ich weiß nicht wie lange das noch läuft aber wir lassen es einfach laufen wenn es leckt dann tut mir wirklich leid dann guckt beim column weiter ihr seht das ja auch multitwitch weiß ich nicht auf welcher seite er ist da oder da auf der rechten bin ich also dann dabei von ich bin auf der rechten auf der rechten jetzt wissen was okay ja klar also leute deswegen habe ich den upload so hoch gesetzt weil ich will dass es flüssig ist so wir spielen was die wollte mimi sagt doch mal das ist ja was war das spieler heute ich weiß doch nicht was wir spielen heute ich dachte left for dead 2 so und dass ich dachte jetzt weglassen können das tun wir nämlich jetzt spielen left for dead 2 starten startet dem spiel bitte schön dem spiel warten links 4 2 ich muss erst auf dem handy man hat der neue q tage noch ein handy echt mal ich habe ein smartphone ja das fühlt sich jetzt okay multi sind beide am legen ja gut das ist typisch ich weiß auch nicht warum der gollum der besteht ja so darauf dass wir multitwitch benutzen deswegen ist da müssen wir dürfen wir beide aber nicht mehr als ein mb upload machen sonst funktioniert das mein gott sonst registriert euch bei twitch bei youtube live dann machen wir es darüber ob das was hilft aber das wäre ja auch mal eine idee so ich spiel mit dem gedanken auch schon ja ich habe auch schon mal ich habe auch schon ein programm dafür womit ich wollte mir auf jeden fall dass ihr alle da seid alle im chat und natürlich an die mitspieler vielen dank dass ihr dabei seid dankeschön ja schön dass du uns wieder dazu gelöst hast ich freue mich auf dem und ich möchte mimi töten also ein wenig kommt heute auch noch also denn es kommt auch noch auch gut leid ich brauche aber nachher dann äh cappuccino oder irgendwas um wach zu bleiben ach alles klar ich habe gemeint du weißt du weißt du bald real so beruhigende koalas ne ich hab ich hab mein cappuccino milka pulver hier oh ja also cappuccino mach ich mir nachher auch noch mal hast du das geteunt oder ziehst du dir durch die nase oder weißt du ja klar hallo das war die droge ach so warte wir so eine spielstatt ne deine nase cappuccino so eine spielstatt warte ich muss michelle spielt lech von der 2 alle haben ein bisschen schiss in der hose aber bei hans wurscht die läuft alles flüssig ja bitte was setzt du mich ein onkel hans das ist voll von würdung dass ihr euch beide hans nennt das ist für mich ja wer macht denn weil ich euch beide kenne echt ich soll den server aufmachen was wollen wir überhaupt bei lassen ich mach das du mit deiner verkackten du oder was das sind dedizierte server du witzbold kann man die scheiß überspringen nein welche scheiße die werbung das klare von denen jetzt höre ich euch deswegen nicht mehr weil zu laut ist locker an machen wir sind alle herzlich eingeladen vielen dank ja ich gehe deiner vorladung nach ich wechsle dann wird erstmal die szene oder ne warte ich noch ein bisschen vieler stumm schalten so da hintergrund höre ich irgendwie ganz laut musik die auch gerade ja du tust bei michael boah ey michael was kannst du eigentlich ne du sprengst immer den stream das ist die wärmung stream fett schön du kannst das überspringen genau genau gewinnspiel gewinnspiel genau denk mal dran ich mute die mimi gerade mal wie geht das das ist viel zu laut ja ich bin machen die was erwarte ich mir durch sie mal bei mir klopp weg diese country muckel bei left for the 2 in rp grad zu tode country roads country roads take me home dann hört es hier doch gar nicht ich hab dir gesagt ich sehe grad nichts ich hab hier nur äh mein passmanager offen die zwei chats dann versuche ich wieder aufzunehmen ich hoffe das klappt diesmal also ich brauche noch drei gute mitspieler die mit mir infizierte spielen ich bin nur grad am überlegen wie war Hans sich jagen sollen wenn er gemutet ist Hans guckt meinen stream Hans guckt meinen stream Hans muss ich meinen stream gucken schreib brauche ich den chat da hat sie sich endlich gemutet hast du grad mein stream geguckt oder woher warst du dich sie hat es in meinen chat geschrieben ja stimmt nicht ich sehe ich gerade man kann es aber überspringen ich weiß nicht was das problem ist ich ja ich weiß nicht ich bin ja wenn wer hat wenn wir grad auch diese intro volle volle 2 kannst du überspringen sprach chat beenden sprach chat beenden sprach chat beenden also dabei ist der gollum sag mal hallo guten dach meine alten freunde der jan moin moin der ben äh äh ja wer bin ich und die mimi die sich gerade gemutet hat aber das ist die einzige frau in der runde also kann man sich das ganz gut merken ihr werdet ihr vielleicht bei donations noch öfter von mir geht das nicht alles gedrückt ja wahrscheinlich weil du alles gedrückt hast ja ne äh passiert schon mal ist mir auch schon passiert achso ben ist jetzt auf jeden fall monster oder was äh ich würde ich hatte eigentlich gedacht dass der thomas mitspielt ich brauche noch 3 hey ich kann nicht wieder ooooh 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 hat die mimi uns geschaut hat uns einen wunderschönen schrei gegeben ist sehr laut also wenn der dann werde ich mich sehr erschreckt also wenn ihr spenden wollte dann bitte nachher bei dem richtig ich muss ja sagen ich bin ehrlich ich hatte vorher den anderen schrei drinnen wo wir wo jan ich und du geschrieben haben geschrien haben ja wo mich wo michel mich denn gefragt hat wegen ihren ton habe ich den prompt geändert und habe geschrieben ich habe damit nix am hut ich werde kurz jetzt brauchen wir wieder stunden genau das liegt nur an euch wenn ich alleine spiele geht immer alles ja weil es single player es kann sein dass das scheiß ding jetzt noch mal ja du startest gerade eh nur ich sehe ich möchte mir sonst einfach noch mal ja du kannst aber das intro weil ich von welt kann vielleicht überspringen ja wenn du bist übrigens schuld weil ich nämlich der schreibe waren wo sie nicht als möglich ist schuld oder das war aber auch was letzte Woche hat nicht gesehen als richtiges Foto nein das war jetzt ja genau die von Mokko genau ist alles durch einander reden dank er hat schon zu tun und nicht mehr gut wo jetzt muss entgehen natur guter durch starten haben wir gestern gewährt unity media habe ich schon freunde einladen habe ich schon habe ich auch ich habe keine freunde genau bitte definieren mit uns spielen meinst du oder da einer also einer muss infiziert sein der anderen der rest nicht ihr könnt euch entscheiden wer wir brauchen aber ein zweiter noch der du musst einer oder wenn du müssen survivor nehmen also charakter auswählen und wir haben zwei bots ja ja okay war ich schalte gerade mal ich wollte es hast du wieder gespendet oder hat die zahlen bei der mini ja dass du denn jetzt er spendet mir geld für mein steam account sogar daddy doch ich bin doch gar nicht bereit doch um starten aber jetzt dann auch ich kann das jetzt machen okay hier spielen dunkler karneval ich würde gerne mal eine frage beantworten ja die spielten weil wir sie gefragt haben und weil sie cool ist ja weil sie kurzen schreier hat wir brauchten eine weibliche person um viewer anzulocken ja die einzige person die weibliche ist und wir kennen ist mimi tut mir sehr leid nein ich könnte ja noch eine andere leider gibt es keine tippenbeutel weibliche frauen aber ich bin die die jahre macht maribol hd vielen dank für den follow habe ich mich schon wieder ein bisschen erschrocken aber ich mag noch mit seinen langen ladezeiten die sind so schön ich esse weiter kekse dann mute dich aber bitte das kann ja nicht dann fucking ernst sein du hast Hunger Julia du bist ja gut mit der Vorbereitung vom Unterricht aufzuhören ist auch genug für heute du hängst anderen leute von Lernen ab alter wie schlimm bist du ich will ja nicht oben aber wenn Alice nicht weiß wie man Monster Truck baut kommen wir da nicht durch tut mir leid aber doch nicht so ne gute Idee wir sind so weit gekommen wir kommen irgendwie anders nach New Orleans das ist total cool du bist Daryl Dixon ja danke hey hey whisper in oaks mensch als Kind war ich da öfter mal toll dann als erwachsener gehst du dort drauf also Ne an ein und zwar die 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 bis auch vor dem Zauberer das ist ein lautes Spiel, mein Mann, diese Scheiß-Säure, ja danke funktioniert hier super wie kann ich denn hier rennen? ich höre nicht, wer das Spiel zu laut ist, ja danke, wenn du mir mal helfst äh, 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 was? ich höre hier, der Hans hier schön liegt oh, dank dir guck mal, da liegt der Hans ich verbinde mich mal kurz halt mir meinen Rücken frei ja, ich bin tot ja, ich auch durchbauen hört, hört ich wollte hier scheiße ja 186 haben wir uns mal kennengelernt? boah, die das scheiß bitter rüber außerdem habe ich das nicht falsch verstanden, sondern der Gollum hat uns falsch verstanden ach ja mein, wer verstehn du, wie süß, tich du kannst mir gerade ehrlich gesagt, mehr auf den Weg zu konzentrieren, weil ich das irgendwie nicht verstehe ja so einfach ist das und jetzt werden die Teams gewechselt ja jetzt haben wir die fertig, jetzt haben die fertig ja, gut ich wie die Pinguine aus Madagascar Lieblingschapter, ich liebe das ist wirklich auch meine die Pinguine aus die Pinguine aus geht hier wir haben keine Zeit guck mal ein Jockey toll, ich bin die Olle ey logisch voll planlos, ja, das ist total geil planlos initiierte ich mag keine schlechten Fählen Alter, ey was ist mit dir schon wieder los, alter ist gut zu wissen ist gut zu wissen wie schwank ey boah ey ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast das freut mich sehr auch wenn es halt grad ein bisschen verkackt ist auch wenn es halt grad ein bisschen verkackt ist naja ich würde sagen, wir schlagen uns den Hut boah was schon ich hab zwar ich weiß mal nicht, wer ihr seid, aber gut nee, ich haue dann, haue ab mit der nein ja auch immer der Jockey war ja auch immer der Jockey war, das war Mimi du kannst den Typen auf dem du sitzt steuern da musst du nicht stehen bleiben ich komm grad auf mein Leben glaub ich nicht klar Leute man lad doch nicht nach, wenn ich grad die Knarre brauche wenn ich grad schließe mit deinem Gang drauf und ne geile Hose ja danke ach man ihr macht das super ne 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 ich habe auch bis jetzt hier nur missionen gespielt da kommt ein dicke ding ich glaube ich glaube da kommt ein kiel nein ich war ich gucke nochmal laden her geh doch da durch ich bin leer alter chill mal deine base michelle wir können keine türen öffnen wir haben es halt voll drauf ich brauche muni von meiner flinster anhalten ja ich weiß ich bin gerade irgendwie festgepackt in einem fenster ja gut wenn man jetzt haben die in der wand festbacken Dank diese rochelle die braucht wieder ewig wenn ich habe ich habe Brand Munition fällt mir grad auf nicht saugen ich steht halt auf die Augen ohohohoho Ja, mehr als Bordern! Oh mein Gott! Oh 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 oh! Unser Platz! Unser Platz! Ich hänge recht! Lisa, noch mal! Ah! Ah! Hau auf Rochelle! Hau auf Rochelle! Hau auf Rochelle! Ah! Verdammt! Voll gemacht! Ja, so schauen wir denn raus! Ja, ich bin gut! Oh mein! Oh, ich werde zu spät überleben! Das gegnerische Team gewinnt! Ja! Ja, gut! Ja, zu spät! Was? Ich bin gut dabei! Was? An den nicht zu spät, sondern ich sehe es ja jetzt erst! Oh, schön! Oh, ja! Oh! Rauch nicht so viel! Ich? Das war so... Nee, warum sollte ich am Rauchen sein? Ich rauche nicht! Ich bin nicht Raucherin! Ich bin nicht Raucherin! Ihr raucht nur vor Wut! Aua! Aber wir sind schon wieder infiziert! Ja, ja! Wir machen nochmal! Hallo! Ja! Guck hier! An der Wand! Ah! Moustachio! Könnt ihr mal jetzt bitte die, äh, über die, äh, die Schutzzone verlassen? Echt mal! Würde kommen wir nix machen! Komm mal raus hier! Komm mal raus hier! Komm mal raus hier! Uh! Uh! Ich schaue mir jetzt erstmal die Memme an! Ja, komm! Ist mir egal! Ist mir egal! Na, ich mach Sport! Der A muss ja auch mal trainiert werden, ne? Ich vergesse mal, was die können, die Viecher! Ich habe aber komm nicht... Du meinst deine Ärmchen! Au! Los, Mimi! Hol ihn dir! Ah! Fuck! Scheibe! Ich hab mir den Bikon umholen müssen! Das ist lustig! Uuuuuh! Sehr gut! Sehr gut, Mimi! Sehr gut! Hahaha! Ich komme auf das Spiel, glaube ich, echt nicht klar! Hahaha! Oh! Die Coach guckt, als hätte er immer so... Hahaha! Was bin ich denn jetzt? Ach, die Eiche! Ach Mensch, Ben, ey! Hast du die Gitarre, oder was? Ach, die Schuhe! Achtung, Schleim! Äh! Schleim! Äh! Schleim! Voll! Jetzt haben alle außer Gollum getroffen! Tudum! Oh, okay, dass sie wieder Besuch kriegen hat! Oh, Mann, ey! Ich stecke euch! Au! Au! Ah! Du deckst uns? Du bist ja wirklich... Oh, Mann! Oh! Ernsthaft mit der Gitarre? Ich lasse dich ernsthaft mit der... Oh, ich weiß! Ach Gott, genau! Ich lasse dich ernsthaft mit der... Ich lasse dich ernsthaft mit der... Ich lasse mich mit der gescheißen Tange durch. Nein! Oh, Scheiße! Vorsicht! Gebt mir Deckung! Muss mich verasten! Da geht's zurück! Ja, ich wollte gerade sagen, du gehst in die falsche Richtung, aber ich würde keinen Tipp geben! Willkommen zurück! Willkommen bei... Gleich auf die Box! Nein! Gewicht! Was fliegt der Drecks-Bot? Ach ja... Der kommt immer da lang, wo er nicht soll! Äh, komm her! Äh, komm her! Wenn hier grad irgendwie ein echter... Ja, Mensch, das steht erlaubt dich! Ja, ich weiß! Nein! Mann, so hästliche Schuler! Mann, ich hatte Bände so schön angeleckt, ey! Oh! Der sieht doch gut aus! Hör auf mit dem Bullshit doch! Ja? Hör auf mit dem Bullshit doch! Hör auf mit dem Bullshit doch! Ich muss da mal Younglings die Leute, ich muss da auch sagen! Ist mir egal! Ist mir jetzt echt krass! Oh! Nein! Also, wenn's jetzt wirklich massiv euch stresst... Oh, das wäre Appetit! Oh, ist die Scheiß! Hast du so'n fetten Arsch! Dafür siehst du cool aus, also! Aber ihr habt die Geräusche, die sind nervig! Das ist ja auch eine sehr gute Idee! Oh! Hollum hat da oben contractsiert jetzt! Bradley Fire und so, ne? Jaja, scheiß drauf! Ja, Michel, mach mal was. Der kann... Der kann da... Der kann da liegen bleiben. Au! Au! Der liegt's genau auf meinem Rücken. Komm, wir gehen mal spazieren. Holen Sie den Hissen, Mimi. Du kannst auch auf mich drauf springen. Älter! Yay! Ich wurde angecharged. Könnte ich nichts machen müssen. Junge, 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 junge. Aber unsere Boxe sind besser als ihre. Wir haben Smile. Sind wir ja dran. Komm, mach hinne. Boah, wir werden super kacken. Ich bin so mies. Oh, Papa wachen. Hey, Alter! Die Midnight Riders! Hast du einen Charger gespawnt? Wie gehört? Können die was... Jawohl! Ich aber... Bitte! Alter, hallo! Können die denn in den Raum reinrotzen? Seit wann geht das denn? Und seit wann können die spawnen? Wir werden so kacken. Ja, das ist gut. Kannst du ganz schön schockig sein. Danke. Komm doch mal raus! Ist doch schon gemütlich hier. Wir bleiben hier. Ja, schön. Wir bleiben hier. Wir gehen nicht weg. Wir bleiben hier. So, komm. Kommt hier. Kommt hier. Kommt hier. Ja. Nee, Manuel Schmidt! Er rumor. Wach aus Tod! Wach aus Tod! Wach aus Tod! Wach aus Tod! Wach aus Tod. Wach aus Tod! Wach aus Tod! Wach aus Tod! Töte dich! To aaaah! Ja, bin ja dabei! Auch der Judith hielfst mir, weißt du? Ja, ich fasz Tod! Es kommt noch mal wie viele wird... Es kommt noch mal wie schnell wir sind, also. Ja, 확st doch! Ja, kam! Ja, komm! Ja, wach aus Tod. da ich bin ich bin echt tot oh mann Leute Trilfeuer oh 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 ist auch schönes ja lauft doch was zum Henker ich hab den überhaupt nicht verdorben ach jetzt schlick uns weg sie von dir weg wenn die so nah an dir dann hin so laut hier ach Leute wir können mal helfen Mann ich hatte grad ne Kettenwege warte du hast grad ne Kettenhilde ne Kettenwege ach da da wird schon wieder jemand drauf denn ist ein Smoker ja da kommt ein Jockey da kommt ein Jockey ach okay weiter geht's sag mal wo bleibst du nur? muss ich alles alleine machen? ich hab der Alice wir müssen sich mal hier langsam ein bisschen heilen mal ja dann mach das mal kurz der Coach mit der Kapuße drinnen ja ich wollte ja auch grad suchen aber da ich trage einer an und nein weg da Alice ich helfe das Ermini weg 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 weißt du kotzen es ist mir jetzt egal was ihr macht und zu Papa, komm zu Papa ja ich komm mir ja schon, ich komm es war eine blöde Idee alleine zu gehen komm mach ich es von alter ja komm leck mich am Arsch wir werden das wohl nicht schaffen ich verliere voll den Überblick au ach mach das geile durchbauen was ist das denn was ist das was ist das ja 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 ich bin ja schon, aber wenn er wacht Peter er schiebt das Gollum ja ich weiß aber wo der Gollum ist du Muschlaumeier oh wir haben Ilsa wie bitte da haben wir so viele Punkte die Schwanzköpfe ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja